Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, ich habe jetzt hier mal so einen Aufzug gebaut. MK3 kommt von hier, von diesem Eisenfeld. So, dieses Eisenfeld macht 120 die Minute. So, um Stahl herzustellen, brauchen wir aber noch Kohle. Das bedeutet, wo bekommen wir denn Kohle her? Können wir die nicht einfach auch hier irgendwo hoch machen? Vielleicht daneben. Ich brauche ja Eisen und Kohle, um Stahl herzustellen. Okay. Schauen wir das mal so. Das ist ja nicht das hier so. Längere. Und, äh, nee, eigentlich muss ich in dem Fall. Komm, komm, komm. Junge, Junge, Junge. So, jetzt aber. Okay. Ähm. Habe ich den jetzt da drüber gebaut? Oh, Tatsache. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Äh. Fundament wird demoliert. Nee, das soll es ja nicht. Aber doch bin ich schon. Ja. Dumm gelaufen. Ich lasse das jetzt mal so. So, ich wollte daneben. Schlau. Weiß nicht, ob es schlau ist, aber ich werde hier noch einen Splitter dazwischen bauen müssen. Ein Förderbandsplitter. Förderbandsplitter. So, ich wollte jetzt sich da anpassen. Mach. Ich krieg den noch gar nicht dahin. Okay, dann kommt er halt. Passt so. Wohin? Okay. Weg. Und, ähm. Du da hin. Von da nochmal. Komm. Da. Das ist die Sache mit der Kohle. Krieg ich denn die Kohle hier hoch? Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das da oben funktioniert. ne? Sagen wir mal, ich mach die Kohle von hier so, dann da hoch. Äh. Hm. Naja. Oder ich baue das hier weiter runter. Geht das denn? Warum ist hier? Das war weg. Okay. So, kann ich das hier anpinnen? So, ne? Und. Uh. So. Geht das? Geht sogar. Perfekt. Perfekt. Dann würde ich nämlich gleich hier noch so ein Ding bauen. Vielleicht nicht unbedingt da rein, aber so ungefähr. Und. So. Ich muss mal das jetzt erstmal. Wieso kommt das hier raus und nicht da. Das ist ja schon mal grad blöd. Sollte doch hier rauskommen. Und nicht da. Hey, geh weg. F. Das muss weg. Oh. Das sollte nämlich hier rauskommen. Cis. Oder vielleicht noch weiter hinten. Warte. Vielleicht. Schon hier. Das war. Ich darf nicht in die Mitte. Geht das in die Mitte? Geht. Wir bauen es da hin. Okay. Gut. Und das wieder weg. Weil. Wir müssen ja jetzt von hier unten. So ist der Plan. unsere Kohle hochbekommen, ne? Bitte die Richtung gehen. In die Richtung gehen. Aber hier drauf. Das war ein bisschen viel. Ja, ich werde es später auch. Ich werde es später. umbauen, ne? Und jetzt halt. Mach mal da hoch. Ich sag immer, ich werde es später umbauen, ne? Ähm. So. Was ist das bisher oben? Nö. Hm. Wo sehe ich denn das? Ob das gerade? Wo habe ich denn das hingebauen? Da? Kein Plan. Und jetzt nochmal da hoch. Bis. Äh. Ich glaube, es hat hier hingebauen. So, bis dahin. Dann würde ich die Kohle dann in die Richtung gehen lassen. Hier kommt der Stahl raus. Und das müsste ich ja dann unten auch nochmal irgendwie, ne? Und dann kommt der Stahl raus, dann würde ich nicht mal, wie war das jetzt? 1, 2 zurück. Da hinbauen. Und den so hingehen lassen. Ach. Äh. Äh. Komm jetzt. So. 90 Grad. So. Da sind noch 90. Genau. Sonst muss ich trotzdem nochmal runter. Was sieht da? Kann man das nicht schöner bauen? Das sieht ja voll aus. Vor allen Dingen. Super blöd. Egal. Ich muss jetzt gucken, dass ich mit meinem Band. Hm. Und hier ist ich hier da abbauen muss. So. Also ich muss von da runterkommen. Okay. Okay. Das war dann, äh. Und das. Da. Das Ding. Da hin. Soll hier runter. Hier rennen und oben raus. Kann ich euch nur nicht sagen. Komm jetzt. Jetzt. Ja. Die mittlere Maustaste ist halt ein bisschen schwerfällig. So. Geht da rein. Fährt er hoch. Hoffentlich gleich. Okay. 120er Band sollte es schon sein. Baut wird Förderband MK2. Ne. 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 Ist doch 150er Band, oder? Man müsste es sein. So. Immer wieder hoch. Steckschnecke. Ne. 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 und gesund steckt schneckchen ist mein okay ich wollte ja auch gucken gehen hoch wollte ich halt was wir da ist man schneller so jetzt hier kann ich jetzt noch mal was an flanschen oder warte ihr so ein ding kannst du gerne hierhin bauen so und dann käme hinter da kommen 120 an ich glaube eine schmelze kann sich schmelzofen kann er wird überhaupt nicht angezeigt super hier so in die mitte vorher noch ein splitter dann ein bisschen weiter gleich ist ich ein bisschen größer bauen so dann kommt hier noch ein splitter und splitter wo soll logistik förderbaren splitter hier so hinkommen wenn ich den nicht anbauen ja aber geht das denn sicher ist sicher ich werde denn da geht's rennen denn hier so mit dann kommen 120 ihren und hier gehen raus 60 in den und dann noch mal 60 da oder ja theoretisch schon im band das ist ein 120 jahre nebo richtiger band das dann hier finde ich dann und von da dann ja das richtig so will ich nicht er soll hier bitte eisenwaren ab zwei mal eisenwaren und der andere macht natürlich auch eisen dann kommen hier raus macht er so 30 kommen 60 raus ok dann brauche ich hier stahl wachen die ich bauen muss also und bräuchte ich da ein fabrikator oder das ist jetzt falsch nenne ich brauchen das ist jetzt richtig ne das ist so nicht richtig hier dazwischen muss ja noch ein ein fusionator oder band fusionator und dann dahin und dann in die richtung raus gehen da kommen ja nur 30 raus dann kann der dahin 2 zurück dann kommt hier insgesamt kommen da raus da macht 30 dann kommen 60 hier hinten raus richtig dann kommen 60 da raus dann brauche ich noch ja jetzt die kohle brauche ich noch ok bin ich die dazwischen vorerst vorerst lege ich die jetzt einfach mal hier vorbei ja das war jetzt gerade gar nichts ok koordiniere ich denn das ich will auch hier so ein stapelbaren händel normal nicht wo man noch ein dahin das sollte da an der maschine vorbeigehen so und wenn ich dann da nach hinten gehen müsste ich doch das aus oder ja das hat ja super ausgerichtet 1 2 zurück dann hier nach ja so und da nach da was das wieso passt das hier nicht warum nicht und da auch bitte noch oder so war noch da geht nicht warum nicht warum nicht ist doch gehen also wenn ich den jetzt hier übersetze was sind 90 grad aber ich krieg den da nicht dran das vielleicht weil nicht mehr nicht ums verreckt mann ich krieg das nicht hieran nicht ums verreckt vielleicht du dass ich ja hier irgendwie ans ich versuche es mal so und jetzt 90 grad in die richtung was jetzt ausgerichtet dann danach sieht doch einigermaßen gut so hier kommt das eisenerz ich werde das dann jetzt gleich so gut dann auch wenn wir wir brauchen noch ein ist das jetzt höher ach menno aber egal ihr wisst ja was ich meine was jetzt folgen soll dann bedanke ich mich heute fürs zuschauen wir sehen uns morgen und Tchüss meter 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 eter